Ich heiße Manfred Kraft und bin Direktor des Instituts für Marketing hier an der WWU Münster. Im Modul Kundenmanagement lernen Sie zum einen das Kundenlebenszyklus-Konzept als zentralen Ansatz kennen. Zweitens behandeln wir dort praxisrelevante Einsichten zu dieser Thematik und drittens erfolgt alles auf der Basis aktuellster wissenschaftlicher Erkenntnisse. Mein Modul dient als Eye-Opener für die Praxis, denn hier wird aktuellstes Wissen für mehrere Sektoren vermittelt, also Business-to-Business, Business-to-Consumer und Services. Der MBA in Marketing in Münster bietet Ihnen die Chance, aus Routinen auszubrechen, ausgetretene Pfade zu verlassen und letztlich out of the box zu denken. Weiter in der Karriere